Eros International und Excel Entertainment präsentieren Kabir, ich kann nicht mit nach Spanien kommen. Ich fasse es nicht, Arjun. Du lässt mich bei meinem Junggesellentrip hängen? Warum bist du gleich so sauer? Das ist nun mal meine Arbeit. Entweder fahren wir alle drei oder wir lassen es einfach. Eine Excel Entertainment Produktion Ein Roadtrip durch Spanien. Auf dem College haben sie sich was geschworen. Jeder von ihnen muss sich einen Extremsport aussuchen und die anderen beiden müssen mitmachen. Was? Ich werde gleich kotzen, Leute! Drei Wochen? Du weißt doch, wie Männer sind. Bei Junggesellenabschieden drehen die doch alle vollkommen durch. Hey! Wie ist ihr Name? Lena. Meine Freunde nennen mich Romeo. Was für Männer gefallen dir? Was ist dein Typ? Wie würde es dir gefallen, wenn ich mit meinen Freundinnen einfach so verreise? In den Geschichtsbüchern wird stehen, du warst meine erste Liebe. Arjun, würdest du nur wegen Geld heiraten? Wie viel Geld? Ach, ist Leila etwa deine Freundin? Du weißt doch, dass sie unsere Tauchlehrerin ist. Gleich wird sich dein Leben verändern. Ich lerne viel von dir. Ich habe das Gefühl, ich lebe in einer geschlossenen Kiste. Die Menschen sollten sich nur dann in einer Kiste befinden, wenn sie gestorben sind. Excellent Entertainment lädt sie zum Junggesellentrip des Jahres ein. Einfach alles loslassen! Schubsen Sie mich! Man lebt nur einmal. Nach der Hochzeit machst du ja auch keinen Urlaub mehr mit deinen Freunden, oder? Ja! Vielen Dank!